Ja, wie ihr vielleicht Vincent an seinem Lacrosse-Trick gerade schon gesehen habt, nehme ich euch heute mit zum Training. Ich bin mal ganz gespannt, wie es wird. Ich habe auf jeden Fall Bock. Viele von euch kennen ja Lacrosse gar nicht. Schaut es euch einfach an, motiviert euch. Deshalb heute Fit mit Lacrosse. Bis gleich. Bis gleich. Die letzten Wochen haben wir mehr über Kameraden gemacht. Heute machen wir ein bisschen 1-1, 1-2. Die letzten paar Tage wieder. Dann werden wir immer irgendwann gleich machen. Mal so alt geworfen. So, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick von dem Sport bekommen. Vielleicht war es ein bisschen kompliziert. Ich finde es selber auch noch super kompliziert. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare. Sonst könnt ihr euch weiterhin gerne über den Sport informieren im Internet. Oder vielleicht gibt es in eurer Stadt auch einen Lacrosse-Verein. Macht auf jeden Fall Sport. Vor allem Lacrosse ist ein mega geiles Ding. Mir macht es richtig, richtig Spaß. Ich habe da eine übelste Freude dran. Ich trainiere wirklich unheimlich oft. Trotzdem ist noch mega viel Luft nach oben. Habt ihr wahrscheinlich gesehen. Macht es einfach. Informiert euch. Guckt nach. Fit mit Lacrosse. Bis zum nächsten Video.